Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Photoshop Tutorial. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es mal darum, aus so einem Foto eine Fake-Langzeitbelichtung zu machen, die dann am Ende so aussieht. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß damit. Ich habe jetzt hier mal ganz viele Bilder als Ebenen in Photoshop geöffnet. Das heißt, hier liegen ganz viele unterschiedliche Bilder als Ebenen übereinander. Wichtig ist hierbei, dass diese Bilder alle auf einem Stativ fotografiert worden sind. Das heißt, ich kann sie wirklich pixelgenau übereinanderlegen. Du siehst jetzt auch hier, wenn ich mal durch die einzelnen Ebenen durchgehe, sie unterscheiden sich so ein bisschen von der Helligkeit. Aber ansonsten kann ich hier diese Bilder wirklich pixelgenau übereinanderlegen und das ist auch wichtig. Der einzige Unterschied zwischen den Bildern ist jetzt tatsächlich, dass sich zum Beispiel die Wolken hier so ein bisschen bewegen oder hier auch der Verkehr und natürlich der Rummel mit dem Riesenrad. Aber genau das möchte ich mir hier an der Stelle zunutze machen, um so eine Fake-Langzeitbelichtung wie eben gesehen zu erstellen. Wenn du hier mitarbeiten möchtest und noch nicht in meinem Newsletter eingetragen bist, dann solltest du das ganz schnell nachholen. Denn wenn du in meinem Newsletter angemeldet bist, bekommst du immer wieder kostenlose RAW-Dateien und manchmal auch JPEG-Dateien zum Mitarbeiten, um dann hier wirklich das Beste aus diesen Tutorials zu ziehen. Der Link zu dem Newsletter, der befindet sich unten in der Videobeschreibung, da kannst du dich dann einfach anmelden und da kommt dann so ungefähr jede bis jede zweite Woche mal ein Newsletter von mir mit einem Link auch zu den entsprechenden Dateien. Wenn du schon in diesem Newsletter bist, dann hast du ihn vermutlich schon bekommen und kannst dementsprechend direkt mitarbeiten hier mit den Dateien. Ich habe das Ganze jetzt hier mal so schon in Photoshop geöffnet, dass diese Ebenen hier übereinander liegen und dementsprechend können wir direkt anfangen, hier mal diese Fake-Langzeitbelichtung zu machen. Warum eigentlich eine Fake-Langzeitbelichtung? Naja, es gibt bestimmt auch Leute, die keinen ND-Filter haben, um die Belichtungszeit der Kamera noch verlängern zu können. Jetzt ist es natürlich hier so, es ist eine blaue Stunde, das heißt, man kann hier durchaus schon 30 Sekunden mit einer Langzeitbelichtung erreichen, aber wenn man so einen Effekt haben möchte, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, dann müsste man schon ungefähr 10 Minuten belichten. Und dafür braucht man auf jeden Fall einen ND-Filter. Wenn man das aber nicht hat, dann kann man sich in Photoshop helfen mit dieser Methode, die ich dir jetzt mal zeigen möchte. Und die geht so, dass ich jetzt als erstes mal hier die oberste Ebene nehme und diese dupliziere, indem ich sie hier einfach auf das neue Ebenensymbol mal ziehe. Das möchte ich einfach machen, damit ich später eine Referenz habe, wo wir gestartet sind. Das Ganze werde ich jetzt hier mal ausblenden und die restlichen Ebenen werde ich jetzt hier mit gedrückter Shift-Taste mal alle zusammen anwählen. Mit einem Rechtsklick dann in ein Smart-Objekt konvertieren und jetzt braucht Photoshop ein paar Sekunden, um diese Ebenen, diese ganzen verschiedenen Bilder alle zusammen in ein Smart-Objekt zu packen, mit dem wir dann weiterarbeiten können. So, Photoshop ist fertig. Wir haben jetzt hier ein Smart-Objekt. Das siehst du auch hier nochmal an diesem kleinen Icon, was hier oben über dieser Ebene drüber liegt. Das bedeutet, dass wir hier mit einem Smart-Objekt arbeiten und das ist notwendig, weil wir jetzt mit diesem Smart-Objekt gewisse Bildberechnungen durchführen wollen. Das machen wir hier über Ebene, dann Smart-Objekte. Hier haben wir sie. Und dann gehen wir hier unten in den Stapelmodus. Und da gibt es hier eine ganze Menge, was man mal ausprobieren kann. Du kannst jetzt hier einfach mal durchgehen durch die einzelnen Berechnungen und mal gucken, was dann hierbei rumkommt. In meinem Fall wähle ich jetzt hier mal das arithmetische Mittel. Da wird Photoshop auch nochmal kurz rechnen und aus diesen ganzen Bildern dann entsprechend das arithmetische Mittel ausrechnen, um dann eine coole Langzeitbelichtung zu erstellen. Ja, du siehst, das Ganze wird jetzt hier noch kurz gerendert. Photoshop muss da einige Berechnungen durchführen. Ich habe ja insgesamt hier, ich würde mal sagen, 12 bis 15 Bilder sind es dann schon, aus denen ich das Ganze dann mache. Und jetzt ist hier das Ergebnis und du siehst gerade hier im Himmel sehr schön eine extrem coole Langzeitbelichtung. Naja, es sieht zumindest in der Art so aus. Natürlich solltest du, wenn du einen ND-Filter hast, immer entsprechend das fotografisch lösen. Aber für die Leute, die es halt nicht haben oder die es vielleicht auch vergessen haben, in dem Moment mal den Filter aufzuschrauben, einzelnen Bildern dann eine relativ gut aussehende Langzeitbelichtung am Ende zu machen. Jetzt kann man das Ganze hier noch so ein bisschen angleichen. Natürlich ist jetzt der Rummel hier auch ein bisschen zu hell geworden. Das könnte man jetzt hier dementsprechend noch etwas bearbeiten. Aber ich wollte dir mit dem Trick, mit diesem ganz einfachen Trick, wirklich mal zeigen, dass es relativ einfach möglich ist, eine Langzeitbelichtung im Nachhinein quasi noch zu faken. Ich würde an deiner Stelle jetzt auch nochmal gucken und hier die entsprechenden anderen Methoden mal ausprobieren. Da kommen teilweise richtig lustige Sachen bei raus und manchmal auch sehr hilfreiche Sachen. Also experimentiere einfach mal mit diesem Stapelmodus mal so ein bisschen herum und schau mal, was du damit noch erreichen kannst. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Video ein bisschen gefallen und auch ein bisschen geholfen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du Fragen dazu hast oder weitere Video-Vorschläge, dann kommentiere unten in der Kommentarfunktion. Ich würde mich natürlich auch freuen, falls du es noch nicht getan hast, wenn du diesen Kanal abonnierst und auch das Ganze mit deinen Freunden teilst, denn die haben vielleicht auch Interesse daran. Ansonsten viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.